Jetzt geht ein Vorstoß, ein bisschen weitere Entfernung, also keine dritte Stunt, sondern näher, aber nicht so, dass man genau treffen kann. Er schlägt hier, von hier Paxau zur Seite, schlag, schlag. Jetzt kann er mit der zweiten nicht schlagen. Er macht ein bisschen schneller, nochmal. Von hier aus, niemals hier Bom machen, der rutscht drüber. Immer Paxau. Und wenn er ein bisschen weiter weg ist, tritt. Nochmal Schlag. Nicht vergessen, daumen nach oben.